Hey, willkommen zurück hier am Samstag. Heute gebe ich dir 10 Gesprächsthemen mit, die du beim ersten Date oder auch bei anderen Dates mit Frauen nutzen kannst. Denn ich sehe immer wieder das Problem, dass Männer nicht wissen, was sie sagen sollen. 10 Gesprächsthemen, die bei jedem Date funktionieren. Bevor wir ins Video durchstarten, schau dir mein Buch Die Zeus-Methode an. Die Zeus-Methode ist ein Bestseller auf Amazon. In der Zeus-Methode zeige ich dir, wie du zu einem attraktiven Mann wirst. Aber ich erzähle es dir nicht so, sondern ich zeige es dir tatsächlich. Ich gebe dir eine komplette Schritt-für-Schritt-Einleitung mit, der du einfach nur noch folgen musst, um zu dem Mann zu werden, zu dem du werden kannst, um das Beste aus dir rauszuholen und ein attraktiver Mann zu werden. Erster Link in der Beschreibung kannst du dir das Buch auf Amazon angucken und dann dort auch holen, wenn du sagst, hey, das klingt interessant für mich. Das erste Gesprächsthema, das du auf dem ersten Date oder eigentlich auch auf jedem Date anbringen kannst, ist Reisen. Reisen ist ein großartiges Gesprächsthema und all die Gesprächsthemen, über die wir jetzt reden, haben etwas gemeinsam, nämlich, dass es immer um irgendwas Emotionales geht. Und Reisen ist meistens auch ein emotionales Thema. Erzähl von deinen Reisen, frag sie nach ihren Reisen. Ja, Reisen haben halt diesen besonderen Flair, dass wenn du zu einem anderen Ort gehst, dann kennst du diesen Ort ja nicht. Und dann bist du nicht, du bist nicht gewöhnt an diesen Ort. Und normalerweise sind wir immer sehr begeistert an einem neuen Ort, weil wir ganz viele neue Einflüsse haben. Und das nehmen wir dann sehr stark wahr und das erinnern wir dann auch sehr stark. Ja, wenn ich dich jetzt nach einem tollen Urlaub frage oder nach einem großartigen Reiseziel, an dem du mal warst, kannst du mir sicherlich sofort irgendwas erzählen. Ja, dein Alltag ist ja relativ grau, ist immer das Gleiche, aber Reisen ist meistens was Außergewöhnliches und bei uns Personen mit starken Emotionen verbunden. Und wenn du starke Emotionen fühlst, weil du von deiner Reise erzählst, dann wird auch sie starke Emotionen fühlen und natürlich umgekehrt. Ja, wenn sie von ihrer tollen Reise, von ihrem tollen Urlaub erzählt, dann wirst du dich auch besser fühlen. Sie wird dich mit deinen guten Emotionen anstecken und du kannst sie mit deinen guten Emotionen anstecken. Das zweite Thema, was du immer ansprechen kannst, sind Freunde oder Erlebnisse mit Freunden. Hier auch wieder einfach ein Themengebiet, das sehr viel mit Emotionen beladen ist. Wenn ich mit meinen Freunden aus der Heimat unterwegs bin und wir unterhalten uns zum Beispiel über vergangene Geschichten, also automatisch sind wir dann alle am Lachen, sind alle am Grinsen und jeder fühlt sich halt richtig gut, weil man zusammen alte Geschichten aufarbeitet, wieder in den alten Emotionen schwillt und durchgeht, was passiert ist, was man alles Verrücktes erlebt hat. Und diese Dinge kannst du wunderbar als Gesprächsthema auf einem Date benutzen, um enorm viele positive Emotionen zu erzeugen und um mit der Frau ganz viele lustige Geschichten auszutauschen. Ja, lass sie von ihren verrückten Erlebnissen erzählen, erzähl du von deinen. Das hat auch nochmal zusätzlich den Vorteil, dass sie einfach merkt, hey, du bist ein Typ, der unternimmt Dinge, der hat auch erstmal Freunde und ist nicht jemand, der alleine in der Welt unterwegs ist. Du unternimmst Dinge, mit denen ihr erlebt spannende Dinge und da kannst du auch gewisse Charaktereigenschaften vermitteln, indem du diese Geschichten erzählst. Wenn ich die Geschichte von meinem Dreier mit meinem Kumpel im Bulgarienurlaub erzähle, der so stattgefunden hat, dann kommuniziere ich der Frau gleich, hey, sexuell bin ich etwas offener. Und das ist cool, denn zum Beispiel kannst du daran erkennen, wie offen auch die Frau vielleicht für etwas schnelleres Sexuelles mit dir wäre. Ja, je nachdem, wie sie auf deine Geschichten reagiert, kannst du halt auch auf sie Rückschlüsse ziehen. Wenn sie zu meiner Dreiergeschichte sagt, was ist das denn, sowas würde ich ja niemals machen, kann ich davon ausgehen, dass sie sexuell nicht super offen ist. Wenn sie sagt, das klingt lustig, hat mal sowas ähnliches gemacht, dann kann ich mir denken, dass sie sexuell ein bisschen offener ist. Deswegen kannst du dir auch vorher, vor dem Date gerne Gedanken darum machen, welche Geschichten du von deinen Freunden oder welche Geschichten du allgemein erzählen möchtest und was diese Geschichten kommunizieren, wenn du sie erzählst. Ich weiß, mein bester Kumpel Marc hatte das mal gemacht, der hatte sich so drei Geschichten zurechtgelegt, die er immer wieder erzählt hat, alle drei natürlich mit mir. Wir haben immer coole Sachen erlebt und die hatte er immer wieder erzählt auf jedem Date und er hatte sich halt vorher überlegt, was passiert, wenn ich diese Geschichten erzähle und wie kommt das an. Und das kannst du auch machen. Zweites super Gesprächsthema, Freunde und Erlebnisse mit Freunden. Das dritte Gesprächsthema, was ich auch oft bei Dates anwende, was du benutzen kannst, ist das verrückteste Erlebnis, so nenne ich es mal. Also ich frage einfach die Frau, was war so dein verrücktestes Erlebnis überhaupt in deinem Leben? Ja, das ist wieder das Gleiche wie bei den anderen beiden Punkten. Es geht hier wieder um etwas sehr Emotionales. Diese Frage würde ich dir empfehlen, nicht direkt am Anfang zu stellen, denn das verrückteste Erlebnis kann auch was sehr Intimes sein. Das würde ich eher im Laufe des Dates machen, so nach ein, zwei Stunden, wenn du merkst, hey, wir sind schon so ein bisschen miteinander vertraut. Wir kommen später zu noch einem Themengebiet, das du ansprechen kannst, das ein bisschen heikel ist und das du auch eher hinten raus benutzen solltest, aber dein verrücktestes Erlebnis, ebenfalls ein Themengebiet, was du am besten eher benutzt, wenn ihr euch schon ein bisschen kennt, denn wie gesagt, das könnte auch was sehr Intimes sein, was ihr dir da erzählt. Das vierte Thema, was du ansprechen kannst, was du auch immer auf Dates ansprechen kannst, sind Träume, Wünsche und Hoffnungen. Also wovon träumt die Frau? Was sind so ihre Wünsche für die Zukunft? Wie will sie allgemein ihre Zukunft gestalten? Denn auch hier, das Thema ist wieder sehr positiv, wir reden von Dingen, die sie gerne haben möchte, wir reden von einer positiven Zukunft, von ihren Hoffnungen. Auf der einen Seite lernst du die Frau damit sehr genau kennen und sie lernt auch dich kennen, wenn sie dann dir die Gegenfrage stellt. Auf der anderen Seite kannst du wieder sehr gute und positive Emotionen hervorrufen oder dafür sorgen, dass sie an positive Sachen denkt, denn wahrscheinlich haben ihre Träume mit Dingen zu tun, die enorm positiv für sie sind. Auch bei dieser Frage gilt wieder vom Intimitätsgrad der Frage, ist das etwas intimer? Das heißt, fang gerne mit den ersten beiden Fragen an im Kennenlernprozess und geh dann später auf die Fragen Nummer drei und vier zum Beispiel. Mach die erst später, die sind intimer und funktionieren einfach besser, und wenn mehr Vertrauen da ist. Also wenn ich jetzt mit der Frau da sitze und meine erste Frage ist übrigens, was sind eigentlich so deine Träume und Hoffnungen, dann ist das ein bisschen sehr direkt und passt auch nicht wirklich zum Ablauf einer Konversation. Denn Gespräche laufen ja eher so ab, dass man von Smalltalk-Themen, die ein bisschen oberflächlicher sind, Wetter, wow, heute ist ja krasses Wetter, ach übrigens, wo kommst du eigentlich nochmal her? Ja, dass man von Smalltalk-Themen zu tieferen Themen kommt und dann irgendwann auch wirklich zu intimen Themen. Also, und das ist ganz entscheidend, weil auf ein Date kommt man ja auch, man wird ja auch körperlich immer intimer. Ja, erst berührst du sie vielleicht am Oberarm, dann berühren sie vielleicht kurz eure Hände und irgendwann küsst du sie vielleicht, dann schlaft ihr miteinander und es wird immer intimer. Und so wird es auch vom Gesprächsinhalt, von den Gesprächsthemen immer intimer. Ja, es gibt diese Eskalation im physischen Bereich, von Berührung zu Kuss zu Sex, aber es gibt sie auch im Themenbereich, von oberflächlichen Smalltalk-Themen zu Informationsaustauschthemen, wie wo kommst du her, was ist dein Beruf, zu wirklich intimen Themen, wenn es dann um Dinge wie Träume und Hoffnung geht. Das fünfte Gesprächsinhalt, das du benutzen kannst, ist das Thema Dating. Und Dating ist ein super interessantes Thema, auch wieder eines der intimeren Themen. Wir bewegen uns jetzt eher in intimere Bereiche von, also jedes Thema ist ein bisschen intimer als das davor. Dating ist ein super Thema und zwar einfach mal die Frau fragen, was waren so ihre Dating-Erfahrungen oder wie viel, wo lernt sie ihre Männer kennen, wie waren so ihre letzten Erfahrungen so auf Dates. Du kannst weiter runtergehen oder weiter tiefer gehen, indem du fragst, wie ihre letzte Beziehung so war und was vielleicht da die Problematik war. Solche Sachen jetzt nicht unbedingt auf dem ersten Date, denn das kann nämlich auch sehr negativ sein. Warum ist die Beziehung auseinandergebrochen, ist ein Thema, das du durchaus mal ansprechen solltest. Gerade wenn du jetzt überlegst, mit der Frau zusammenzukommen, kannst du da sehr viel über die Frau erfahren. Ist aber kein Thema für das erste Date. Aber Dating allgemein. Und das finde ich immer super spannend, weil da kann man wieder sehr stark herausfinden, wohin denn die Frau tendiert. Du kannst dich zum Beispiel fragen, wie sehen denn sonst so deine ersten Dates aus oder wie sehen denn sonst so Treffen mit Männern aus. Oder wo lernst du denn sonst so Männer kennen, wenn du nicht von ihnen auf der Straße angesprochen wirst, wie das ja bei mir meist der Fall ist. Und da kannst du sehr viel darüber erfahren, wie die Frau so zu Männern steht, wie die Frau so allgemein ihre Männer kennenlernt und was sie auch so für Dates gewohnt ist. Da merkst du dann wieder, ist sie eine Frau, mit der man vielleicht relativ schnell schlafen kann? Ist sie eine Frau, die eher auf Beziehung aus ist? Passt das für mich? Passt das nicht für mich? Das sind alles Sachen, die du herausfinden kannst, wenn du über das Thema Dating redest. Zusätzlich ist das einfach ein super interessantes Thema, denn Frauen lieben es, und das machen Frauen ja auch ständig mit anderen Frauen, über Männer zu reden, über Frauen, über dieses Mann-Frau-Thema allgemein, über Dating. Das ist für Frauen einfach ein super spannendes Thema und da haben die meisten Frauen super viel zu erzählen. Frag sie nach ihrem verrücktesten Date, nach ihrer komischsten Date-Erfahrung. Super spannende Thematiken für Frauen. Ich finde das auch immer sehr, sehr spannend und ein großartiges Gesprächsthema, auch gerade für das erste Date. Das nächste Gesprächsthema, das du gerne verwenden kannst, ist Familie. Und Familie ist etwas, was ich sehr gerne bespreche, weil in meiner Welt ist das so, die meisten Frauen, die zum Beispiel Beziehungsmaterial sind, erkennt man auch sehr gut daran, dass sie gute Familienverhältnisse haben. Das heißt, wenn die Frau irgendwelche Daddy-Probleme hat, dann kann das ganz interessant sein fürs Bett, aber dann kann das in einer Beziehung sehr problematisch sein, weil sie unter Umständen einfach eine gestörte Beziehung zu Männern tatsächlich hat. Muss nicht so sein, kann aber so sein. Deswegen finde ich, also ich finde es immer sehr attraktiv, wenn die Frau erstens mal ein gesundes Familienleben hat, also wenn ich merke, keine Ahnung, die Familie ist intakt, ja, die müssen jetzt nicht unbedingt zusammenleben, aber dass einfach in der Familie generell Harmonie untereinander herrscht, das finde ich persönlich immer sehr wichtig. Die andere Sache ist, wenn du von deiner Familie erzählst und einfach erzählst, wie gerne du deine Familie hast, wie du vielleicht was mit deiner Familie unternimmst, wie ihr regelmäßig, sagen wir mal, im Familienurlaub fahrt einmal im Jahr, obwohl du jetzt nicht mehr zu Hause wohnen solltest, wenn du diese Dinge erzählst, dann ist das auch sehr attraktiv für die Frau, denn eine Frau mag Männer, die zum Beispiel mit Kindern umgehen können, mag Männer, die Familienmenschen sind, einfach weil das offensichtlich für später eine wertvolle Eigenschaft ist. Und selbst wenn die Frau nicht auf eine Beziehung aus ist, ist es trotzdem sexuell anziehender für sie, wenn der Mann eher ein Beziehung- oder eher ein Familienmensch ist, als wenn er überhaupt kein Familienmenschen ist. Das heißt, eine gute, ausgeglichene Familiendynamik und Harmonie ist für eine Frau eigentlich immer anziehend, auch wenn es nur um sowas Sexuelles bei dir geht. Deswegen das Thema Familie, ich würde sagen, so mittelmäßig intim, deswegen kannst du es gerne auf dem ersten Date nach vielleicht einer Stunde oder so benutzen, wenn du da gerade nichts mehr weißt. Die anderen Themen eher später, aber ein super Gesprächsthema auf jeden Fall für deine Dates. Das siebte Gesprächsthema ist Vergangenheit oder Kindheit. Auch wieder eine Sache, die sehr mit positiven Emotionen verbunden ist oder in den meisten Fällen mit positiven Emotionen verbunden ist. Vergangenheit oder Kindheit, einfach mal, also wenn die Frau und du aus der gleichen Altersgruppe kommen, dann könnt ihr halt relativ viele Sachen habt ihr wahrscheinlich gemeinsam. Dann könnt ihr euch darum unterhalten, wie es damals die Süßigkeiten, die es damals gab oder die Filme, die man damals gesehen hat. Ja, damals haben alle immer Pokémon oder Digimon geguckt, zumindest in meiner Generation. Oder alle haben diese Hubba-Bubba-Kaugummis gegessen oder diese Center-Shocks, diese super sauren Gummis da. Kennst du die doch, Center-Shocks? Kameramann? Kennst du, ne? Ja. Siehst du, mein Kameramann kennt die nämlich auch. Und über solche Sachen kann man sich unterhalten. Und sowas ist halt immer mit tollen Änderungen verbunden, mit meist sehr positiven Änderungen, denn für die meisten Leute war die Kindheit einfach sehr Positives. Ja, Superheldenfilme, Superheldenfilme und Serien, irgendwelche Serien, Spongebob oder was auch immer man damals geguckt hat und über solche Dinge zu reden, ist halt super witzig zu gucken. Hey, was hat der denn geschaut damals? Was hat der denn gemacht? Was für Spiele hat man vielleicht gespielt? Super cooles Gesprächsthema, das du auch sehr, sehr früh anwenden kannst im Gespräch und das natürlich noch viel besser funktioniert mit Frauen, die so ungefähr dein Alter sind oder ein paar Jahre drüber oder unter deinem Alter. Das zweite Gesprächsthema sind Hobbys. Ein ganz offensichtliches Gesprächsthema, auf das du immer wieder zu sprechen kommen kannst, wenn dir mal gerade nichts anderes einfällt. Natürlich ist Hobbys interessant. Erzähl von deinen Dingen. Erzähl oder frag die Frau nach ihren Hobbys. Das ist, sage ich mal, so ein Einstiegsthema, was du auch eher am Anfang des Gesprächs bringen kannst. Das ist mehr so ein klassisches Smalltalk-Thema, das ich auch manchmal schon beim Kennenlernen der Frau, wenn ich sie anspreche, benutze, wenn mir gerade nichts anderes einfällt. Du kannst aber auch, und das wollte ich an der Stelle unbedingt nochmal sagen, wenn dir mal nichts einfällt und es ist mal dieses peinliche Schweigen, dann halt die Situation ruhig mal aus. Du musst nicht jeden Raum mit Inhalt füllen. Du kannst auch ruhig mal da sitzen und das Speichen so ein bisschen genießen. Du kannst vielleicht auch mal sagen, hey, ist vielleicht gerade eine komische Situation, wir wissen beide nicht, was wir sagen sollen. Es ist ein bisschen komisch, aber es ist in Ordnung. Und dann, früher oder später, kommt entweder die Frau wieder auf dich zu oder dir fällt was ein. Also, es ist auch so eine Sache, oder es ist auch so ein Problem von Männern, dass sie immer den Raum mit Inhalt füllen müssen. Und das kommt oft sehr unsicher rüber. Ich habe das auf dem Coaching, gerade das letzte Woche gesehen, bei einem Mann, der immer super viel geredet hat, weil er halt nicht wusste, was er sagen soll. Hat er einfach weiter geredet und irgendwas geredet. Und es wirkt halt sehr unsicher, wenn man nicht auch mal eine Pause lassen kann. Deswegen, Hobbys ist so ein lückenvoller Thema, ist so ein Thema, das du immer anwenden kannst. So ein, wie sagt man, Evergreen, zu dem du immer greifen kannst. Aber wenn dir auch mal nichts einfällt, lass doch mal gerne Pause. Das neunte Thema, was du verwenden kannst, ist dein oder ihr peinlichstes Erlebnis. Und auch wieder ein Thema, was nicht unbedingt an Anfang des Gesprächs oder Dates gehört, sondern vielleicht eher ans Ende, an einen Punkt, wo ihr beide schon ein bisschen mehr miteinander vertraut seid. Ist aber ein sehr interessantes Thema, denn peinlichstes Erlebnis ist vielleicht nicht unbedingt ein positives Thema. Es kann halt ein Thema sein, wo sie dann peinlich berührt ist, während sie es erzählt. Aber was passieren kann, ist, dass ihr beide halt lachen müsst über die blöde Situation, über deine blöde Situation, über ihre blöde Situation. Und dann kann das ein sehr, sehr gutes Thema werden. Und was ich immer gemerkt habe bei peinlichstes Erlebnis, wenn ich das als Gesprächsthema benutzt habe, ist, dass von da aus sich dieses Gespräch in sehr viele Richtungen weiterentwickeln kann. Ja, also man kann leicht von peinlichstes Erlebnis aus auf irgendein anderes Thema rüberhüpfen. Meistens ergibt sich relativ viel Gesprächsstoff aus dem peinlichsten Erlebnis, entweder von dir oder von ihr. Und das zehnte Thema, und natürlich musste das Thema jetzt an dieser Stelle kommen, ist natürlich Sex. Und Sex ist so eine Sache, Sex ist ein heikles Thema, denn man muss auf jeden Fall wissen, wie man das benutzt und man muss auf jeden Fall schauen, wann man das benutzt. Du solltest es nicht ganz am Anfang benutzen, a la, sag mal, was sind denn deine sexuellen Vorlieben, denn das wäre sehr seltsam. Aber du kannst es gerne im Verlaufe des meinetwegen auch schon ersten Dates benutzen, wenn du das Gefühl hast, ihr seid schon auf dieser intimen Ebene. Und ich erkläre es nochmal, auch wie Körperkontakt sich steigert, steigert sich auch die Gesprächsthemenwahl. Ja, von oberflächigeren Themen, Smalltalk-Themen zu intensiveren Themen und dann natürlich auch zu sexuellen Themen. Aber wie gesagt, damit ein bisschen vorsichtig sein, wenn du jetzt noch nicht so viele Dates hattest mit Frauen, dann lass dieses Thema lieber erstmal weg, benutze es eher auf späteren Dates, benutze es vielleicht sogar dann, nachdem ihr miteinander geschlafen habt, indem ihr so ein bisschen rausfindet, hey, was gefällt dir im Bett, was gefällt dir vielleicht noch und so weiter. Wie waren bisher so deine sexuellen Erfahrungen? Wenn du ein bisschen erfahrener bist und weißt, wie du sowas in den richtigen Rahmen setzen kannst, wie du damit umgehst, wenn die Frau ein bisschen verwirrt ist mit diesem Thema, kannst du es auch natürlich früher benutzen. Und da kannst du auch wieder mit herausfinden, wie die Frau generell Sex gegenüber eingestellt ist. Das heißt, wenn ihr über Sex redet und du merkst, sie erzählt sehr offene sexuelle Geschichten, sie erzählt mir da sehr schnell sehr viel drüber, weißt du, okay, ist eine sexuell offenere Frau, mit der es auch schneller zum Sex kommen kann. Wenn sie das nicht macht, weißt du, okay, vielleicht nicht die offenste Frau, mit der könnte es sexuell etwas länger dauern. Neben mir kannst du den Channel abonnieren, hier unten kannst du dir das Gratis-E-Book in fünf einfachen Schritten bis zu zehn Dates die Woche runterladen und unten rechts in der Ecke habe ich ein Video für dich vorbereitet, das dir weiterhelfen wird, wenn dir dieses Video gefallen hat. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Du siehst mich und ich sehe dich am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.